So, nie ankommen. Nie ankommen. Bei nie ankommen geht es darum, dass... dass man nicht ankommen braucht, wenn man schon da ist. Sprich, jeder Mensch hört sich irgendwie auf die Sommerferien oder auch... den Urlaub oder auf ein Zeugnis oder Abitur, Studium, Beruf, Tod, irgendwann. Und jeder will irgendwie ankommen. Und ich glaube, man muss gar nicht ankommen, wenn man schon da ist. Die Erfüllung im Jetzt suchen. Und das ist im Grunde ein philosophischer Ansatz. Aber genau das ist nie ankommen. Das ist, dass du nicht suchen musst, damit einhergehend eine Wertschätzung für alles, was gerade ist. Für die kleinen Dinge. Ich bin so aufgerissen, ich bin auf dem Weg. Ich will weg von hier. Will nie mehr stehen. Bin so aufgerissen. Ich bin auf dem Weg. Ich werd müde. Das bitte geht. Ich schaue, dass der Song so kurz ist. Jetzt hätten wir viel mehr Material.